meine sehr verehrten damen und herren willkommen zu einer neuen folge vom eurotrucks mulatto 2 mit dem felix und dem carsten das bin ich in diesem truck diesen wunderschönen truck online in hamburg hier sind wieder 28 leute um uns drumrum also laut tab 27 wird immer weniger dominik ist auch noch irgendwo da muss gerade mal noch seine mutter verprügeln oder sowas nehmen wir es verscheuchen mit dem besen stream hat gestartet stream ist grün und ich werde uns über weitere begebenheiten informieren ich bin ein bisschen kaputt anscheinend soll gut sein die klauen mir die teile wenn ich offline bin und das war letztes mal auch schon so ja dann kannst du mir vorstellen dass noch reifen dran sind dass man hier auf solchen backsteinen ja das ist das wäre ja die krönung gucken wir mal in den frachtmarkt kosten gucken mal ein frachtmarkt leer so was habe ich keine arbeit das war's für heute für live stream so das war rot aber ich habe vorfahrt nehme ich mir jetzt einfach wir sind auf der vorfahrt hier gewähren straß gewesen er hast du in der in den chat hier geschickt nicht der kosten ist eigentlich war hamburg macht keine ahnung was ich habe nur hamburg nein du sollst hier in whatsapp chat schreiben vielleicht mal oder das mache ich gleich das habe ich doch heute schon gesagt dass es 20 uhr ist oder was meinst du jetzt aber der dominik hat sich auch so ausgedrückt von wegen du hast doch kein nichts offizielles gesagt doch das war offiziell ok aber von da guckt ihr keiner zu von daher ich habe fünf mal lkw ist nichts was sag ich bin oscar gesagt keine ahnung die zene zentrale ich ganz unten also einmal ganz runter budapest wo ist genau mit in frankreich ganz rechts unten südosten ja nicht so direkt wir fahren irgendwie über rotterdam oder über lee hayfru das ist dort hier am ärmelkanal dort hier das ganz weit weg von meiner route ja wahrscheinlich aber wir können ja trotzdem so fahren und dann quer durch da benutzen wir oder man bis ins dlc ja von da von mir von da aus wollte ich von mir aus ja nie es kommt mit tim bahn hallo hallo nach nietz angenommen nice ja da tim da tim wo ist mein abflieger mal da ist hier viel los ich muss auch unbedingt erst mal auf jetzt hier ist es lag nicht an mir aber ich lag mal ausnahmsweise das kann mal passieren was du hast gerade so wirst vom selben ab wie ich ja kann du so wenn du dann angekoppelt hast dann auch glaube ich ein bisschen anders aus meiner ja doch sie sind unterschiedlich weil oder mein blauen streifen ist vielmehr weiß bei dir ist das grau oder der und auch im blauen streifen ja stimmt aber das ist schon mal cool aus wie fast wie ein konvoi ja wie die eine folge dem osnabrück ja warte 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 die ist ach du scheiße also wir fahren wo sind manchmal bremen osnabrück fahren wir erst danach weiter über duisburg obendrüber brüssel und erster dabei der a1 ab oder fest die a1 rüber ja 1 fahr ich ab und dann auf der landstraße das wird also ich denke ich mal spaßig und danach leha free leha free ja genau also okay gut dann war das so ein ganz großer umweg aber die zeit ist ja sowieso egal online kenne ich denn nicht oder ließ damit komisch vor chat feier keine ahnung ich kenne jetzt auch nicht das ist jetzt kosten alle gibt sie jetzt vielleicht mal gas ja meine frisse das ist doch mal eine minute die wachen hier also können wir die dreien schon ein stress wollen ein stress hier warte mal an roten ampeln also erhofft dass bei euch alles gut ist so fährt der felix war eigentlich bin ich an doppelter reihe ich muss eine punkte hochschrauben das ist nicht so ganz okay wir hoffen dass bei dir auch alles gut ist würde ich meinen bei uns ist alles relativ gut ich fährt langsam krank davon ist es nicht ganz so toll leute warum steht ihr bei roh echt fragt das mal im straßenverkehr genau ja mach ich mal das große licht an okay ja fernlicht geht noch lichthupe war jetzt zwar jetzt egal aber jetzt geben sie gas naja also ihr habt nicht letztes mal chat feier ausgesprochen aber da ist das wahrscheinlich wieder zwei wochen her so lange ist meine aufmerksamkeit spannen jetzt auch nicht mehr tut mir leid da kann ich wirklich die leute besser merken naja wenn ich selber sehe aber so ich gerade war jetzt bei ets da habe ich ja halt nicht so den kontakt weil ich sehe den chat selber nicht ein äh wie viel tonne hast denn du ne millionen sechzehn blauen ich habe bloß 2 tonne erntebehälter also ich ziehe ein bisschen weg deswegen deswegen sieht deine lkw auch anders aus so ist das wie sollen wir dich denn aussprechen chat fire oder firey oder was sagst du uns nen namen das ist immer einfacher weil namen wissen wir ungefähr wie die ausgesprochen werden ja das ist zwar einfacher aber das ist noch schwieriger zu merken nö das finde ich das finde ich teilweise so fast einfacher als die dingsnamen also gut die sehe ich zwar aber das aussprechen dann ja aber ich muss es halt zuordnen können und das ist mein Problem du bist jetzt direkt hinter mir ne fast ja aber du stehst du schon ruhig ganz ganz weit hinter dir echt denke ich immer wenn ich diesen satz sage an Spongebob damals wo die in der Westernstadt waren weißt du das noch ich weiß nicht was ganz ganz weit hinter mir ist was aber kennst du die Folge meine ich erstmal ne wisst ich jetzt nicht das war ne gute ne dann ist egal also ich kenne eigentlich jede Folge, aber ich weiß jetzt nicht was du mit Westernstadt meintst na da war nicht so Dominic, wenn sich zwei erwachsene Leute unterhalten, hast du nicht rein zu sprechen Jaupp Chat Fire heißt Domi oder Dome Dome? Dome? Ja or Domi, Domi Domi, ne Domi Domi na gibt's ohne, ja ne Dome Dome ist besser Wer hat vorher was geschrieben, Dominik? Äh... Sauen. Es ist eine Nachschade dazwischen, die ich überziehe gerade. Unser Dominik, der kann das. Also gut, ist natürlich schwierig. Ach du Scheiße. Update benötigt. Nein, 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 nein. Wo brauchst du ein Update? Meiner Firewall. Die hat gerade gedacht, komm, wir gehen mal schnell auf den Desktop und zeigen uns das andere. Das war mir immer so beim Landwirtschaft und beim ETF. Weil du bloß Demos spielst, Dominik. Nein, der Landwirtschaft zum Beispiel ist ein richtiges CD. Oh, mit CD? Demo-CD. Du bist genau so eine Demo-CD, Ara. Wie der krass ist gestern eine CD zu draschen in der Hand. Oder was war das nochmal? Das war keine CD, das war eine Fake-CD. Also eine Pseudo-CD. Aber ich kann mir trotzdem noch nichts so richtig vorstellen. Ja, das war einfach so eine durstsichtige Plastikplatte, die einfach geformt ist wie eine CD. Ja, aber was hat die für einen Sinn? Das wisst ich auch nicht. Die ist einfach dabei. Du hast auf jeden Fall zerstört und habe das aus der Welt geschafft. Los! Alter! Hundert Prozent Schaden. Was hat das jetzt? Wie viel Prozent? 100. Nein! Hä? Was ist denn passiert, Alter? Hier war voll der Luftdunkel. Geh mal weg von deinem Mikro. Ja, Alter, guck dir das doch mal an. Ne, also ich muss zurück. Na, Bergstadt, ich kann ja nicht fahren. Schluck nach Bremen, oder? Wo kommst du, hä? Ähm, Jetfire hat noch geschrieben. Nach Bremen kommst du, Carsten? Ich weiß es nicht, der hat gerade Schwarzbild bei mir. Oh, der steht da, aber ich habe jetzt ohne draufgeguckt. Könnten mich auch Niki nennen, um Verwirrungen, um... Ja, Niki, Niki würde gehen, durchaus. Niki ist besser, ja. Niki geht. Nenn ich mit Felix, komm ich mir auch. Felix. Wie kommst du vor allem Felix auf Niki? Hä, ja, was ist das denn? Hast du mich mal Niki genannt? Ich Niki auch noch nicht mehr. Wo sind wir denn eigentlich? Bremen, genau. Da ist ein Stück vor. Alter, der hat 20% Schaden hin, das ist ja... Kann ich auch gleich vergessen, so in der Natur. Wo, 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 wo sie ich denn hier lang? Da, so ab. Nein, Navi, hä? Ach so, Alter. Ah, oder? Verdammt. Kommst du mit? Uhrensohn. Wer? Er fährt noch wieder eine Ladung hinter mir. Sieh doch, als ich rausfahre. Fährt dann selber noch raus, tue ich mich durch, ne? So, was kommt dann bei raus? Gunder mal alle! Mist, was geht's dir das an? Ah, das ist zum Beispiel der... Fabio. Das ist der Fabio. Ah, das hat man sich gemerkt, hä? Ja, aber gut, da heißt ein Stonehoof dann auch so bei meinen Leuten. Von daher, da kann man sich das dann auch merken. Ja, ja. Schönen guten Abend. Und unser Tipp sagt, du noch mal halt, guten Abend, ja, na, da halt zu den Leuten. Ich hab schon lange nicht mal hier Deutsch zocken mit Tim gesehen. Werde mir auf, da hat es uns immer ganz viele Kommentare geschrieben. Ah, na gut, es kann kein ETS. Ja, na, 14 Tage, ne? Ist das, das ist der Entzug bei mir. Ja, 7 Tage. Wo waren das 14? Na gut, ja, schon. Aber, ich meine, bei den Zuschauern an sich, wegen Kommentaren, so. Ach so, ach so, eben Kommentar, ja, okay. Ja, ja, das meinte ich. Ja, ja, die Folgen, ja, die ging ja bis vor sieben Tagen. Aber seid unbesorgt, jetzt kommt erstmal wieder eine Woche voller Spaß in dem ETS. Wir müssen aber auch mal gucken, wie wir das nächste Woche machen. Was ist denn da schon wieder? Ich glaube, ich hab später Geburtstagsfeier und dann eventuell Freitag oder sowas. Das müssen wir wieder gucken. Da wird es nach Freitagabend, aber das kann man nicht Freitagabend nennen. Ne, Freitagnacht dürfen wir es nicht nennen. Das wäre dann klau. Du hast einfach alles, was wirklich ausschalten, ausblenden, wirklich. Mir passiert das nicht mehr, was da passiert. Aber ich will da jetzt. Nein, nein, bitte nicht, bitte nicht. Wir nennen es Freitagabend. Anstatt Samstagabend. Anstatt Samstagabend. Oder Wochenend streamen, das geht auch. ETS-Stream nenne ich das. Aber wirklich. Keine Relei-Verbindungen mehr irgendwie mit einem anderen Kanal. Echt. Das regt mich zu sehr auf. Da geht mein Puls nur hoch. Aber wenn ich die nach einem Wochentag oder Wochenende benannt habe, hatten die Streams immer mehr Klicks, ne Felix? Wie hast du da den heutigen genannt? Samstagabend. Achso, okay. Stimmt, sonst hatte ich immer Wochenend-Stream. Das ist ein Unterschied. Was habt ihr denn in der ganzen Woche gemacht? Da war euch doch bestimmt Dank bei dich. Da war einer noch spontan und wollte auf der Autobahn sein. Also ohne ETS. Ganze Woche ohne ETS schauen auf Kasslix. Was macht man da so? Weiß nicht. Weiß nicht. Weiß nicht. Weiß nicht. Hab ich nicht schon. Na, holt es euch. Wo es ausverkauft ist. Oder guckt es erstmal bei Kasslix an. Alle Folgen, die ihr Felix macht. Danach könnt ihr selber entscheiden. Ja, natürlich. Und immer schön Werbung gucken. Das hilft uns. Schönen Daumen nach oben geben. Das ist sowieso. Ja, da kriegt man zwar kein Geld für, aber das ist auch schön. Felix. Ja, ich hab's selber gemerkt. Ich fahr mal lieber, wenn ich so nah bei dir bin, lieber in der Mitte. Oder so. Weil man hat's nicht nach dem neuen 2.27 Update viel getan. Wir müssten uns wieder downgraden für den Multiplayer. Ich bin jetzt irgendwie auf der 1.25 oder? Oder 2.6? 1.26 war das glaube ich. Wir mussten wieder ein Stück runter. Ja, mussten wir. Aber ich dachte, wir waren da vorher in der Beta-Version oder was? Kann sein, ja. Also vorher in der Beta-Version. Jetzt fährst du vielleicht der Chat, äh, der Niki nicht so ganz. Aber ich muss sagen, bei allen Updates von ETS, ich hab keine großen Veränderungen gemerkt. Außer wenn man DLC kauft, klar, da hat man halt die Inhalte. Aber sonst von irgendeinem Update, keine Ahnung, was die machen. Außer, dass irgendwann mal die Server größer waren und dass die mal ein paar Server hinzugefügt hatten. Ich denke, was meist an Updates ist einfach nur Bugfixes oder irgendwelche Problemlösungen. Genau. Defaultments und sowas. Das ist halt das, was ich persönlich bei dem Spiel so faszinierend finde. Das läuft einfach wunderbar. Irgendwie. Keine Ahnung. Wenn ich noch an meine Gurke hier unten gucke und sowas. Alter, da läuft das Spiel flüssig und da gibt's nichts zu meckern. Felix, wirst du gleich mal was zu deiner Gurke sagen? Nee, da reden wir jetzt noch eine weiter drüber. Jetzt noch eine? Nein, ja. Das ist irgendwann kostenlos. Das sind so offene Wünsche. Ja, aber ich meine ja, wenn du dann das realisierst als Video, dann... Ja, das müsste ich halt morgen auf jeden Fall machen, weil ich glaube, bei einem sind der Schluss war irgendwie der 13. oder sowas. Aber du machst das quasi privat, oder...? Ja, irgendwie auf Facebook sich das irgendwie posten oder teilen, oder ich muss da doch mal mich schlau machen. Ich muss das auf jeden Fall, müsste ich morgen machen. Ich habe, glaube ich, morgen auf jeden Fall Zeit. So. Ja, das wäre natürlich die ideale Lösung für dich. Und ich muss mir halt vor allem ein paar Ideen machen, wie man das Ding ja verstauen kann. Knapp. W-Lei-Spur? Aus dem Fenster werfen, verbrennen. Wie hast denn du jetzt aus dem Fenster geworfen? Achso, achso. Nee, ich meine, als Vorschläge. Ja, gut. Oder was würdet ihr mit dem alten PC machen, wenn ihr noch neun... Boah, ich höre doch so einen Ruckeler hier. Assi-Straßen. Aufbau-Ass müssen wir hier wieder... Hast du hier Turbulenzen oder was? Ja, Luftlöcher. Meine Turbinen, Junge. Da bist du noch so schwarben Dachen reingekommen. Scheiße. Aber, diesmal zweisprurig übern. Aha. Auch interessant. Aha. Ja, wie gesagt, ich werde in den nächsten Tagen krank werden, ist auch toll. Du hast ja weh gemacht. Du bist ja auch noch immer... Du bist ja natürlich schon mit Fahrt zur Schule gegangen. Nee. Aber ich merke es jetzt schon. Also ich habe einen ganzen Tag Durst und hier... Nasen... Durst? Durst. Ja, das hat man mal bevor man krank wird. Okay. Und dann ganz viel Schleimbildung halt. Ganz toll. Ja, der Niki hat was geschrieben. Niki hat was geschrieben. Niki hat was geschrieben. Wir werden da gleich... Gurken... Was? Gurken... Sprech... Geil. Lese es doch am besten erst mal vor... Ich geh jetzt hier weg. Ich kann es uns lesen. Was? Die Mutti hier? Ich bin hier ein bisschen stingig geblieben. Ist auch bald, ne? Ja, ich habe gerade von der... Von der ganz linken Spur auf die rechte Spur zum Rausfahrender gewechselt. Das war der andere Tim. Der Insta-Tim, oder? Das war der andere Tim. Der Insta-Tim. Oder? Ich dachte gerade, das sind das selben, aber im nächsten Mal wieder anderes. Nein, nein. Naja. Ist aber schön, dass die immer noch da sind. Nach der Woche. Ausfall. Achso. Guck mal, wie das das nächstes Jahr wird. Da kommt ja dann ewig mal nix. Fuck. Wegen dir, Kaschmauger. Dann kannst du das selber fahren. Steht denn das schon fest? Oder ist das dann auch immer so spontan von hier auf jetzt? Ich kann mir darunter ja nix vorstellen. Du musst dich ja anmelden und schon ein bisschen vorplanen. So. Ha. Wo wir ich das schon sehen. Wir haben uns die beste Route rausgesucht. Weil, weißt du, welche Route wir jetzt sind? Naja, aber nicht da, wo wir... Doch. Genau da. Von hier kommen wir nämlich von Duisburg. Von der anderen Richtung. Duisburg-Hallee ist das nämlich jetzt. Aber ich dachte mir so, als du ein bisschen Einklang... Was ist denn das für ein Hurensohn? Ja, fahren wir weiter. Mensch, es hält ja noch an. Was ist denn das hier? Ja, komm. Also wie gesagt, ich bin da. Gott, drängelt sich doch mit dir durch. Also meine sehr geehrten Zuschauer. Wir werden nun so gewisse 1-2 Stunden den Karsten wild destikulieren hören. Skodas an uns vorbeidrängeln sehen. 12% wegen der Spacken vorne. 12% Mann. Ich muss da wieder an. Ich arbeite hart für mein Geld, dann kommst du mir vorne rein gefahren. Das kann doch nicht sein. Ja, genau du. Ja. Welches Geld? Mit meiner 509 Millionen hier an der Seite. Hart erarbeitet. Der braucht da nicht. Bei 200 Millionen. Ich bleib doch nicht stehen auf der Scheißstraße, Mann. Welchen Gang fährt denn der? Aber wir Leute, mehr oder weniger. Er fährt meinen ersten Gang hier lang oder was? Soll ich euch mal was? Ja, Dominik. Du kannst es machen. Berlin LPD. Wir sagen, guck mal hallo aus Karl-Marx-Stadt. Da wird es gerade leider umgefallen. Soll ich euch mal was witziges sagen? Durch ETS 2 erfange ich dieses Jahr meine Ausbildung im Berufskraftfahrer an. Oh, das ist auch interessant. Da kannst du Vlogs machen. Das machen nämlich viele. Die gucken wir uns da auch gerne an. Das kannst du machen wie... Ich habe auch was gehört, bezüglich Ausbildung zum Berufskraftfahrer, dass das eigentlich, um es mal ganz einfach so zu sagen, sinnlos ist. Weil es reicht ja eigentlich auch aus, wenn man seinen Führerschein hat als LKW-Fahrer halt. Klasse, was weiß denn ich hier, dass du halt zur Maschine fahren darfst. Und dann wird es ja komplett ausreichen, wenn du bloß noch Lehrgänge hast in deiner Firma. Was ist denn jetzt los? Der hinter mir wollte gerade neben mir vorbei, aber ich weiß nicht, was er gemacht hat. Das ist auf jeden Fall ein Feld gefahren. Die Autos... Oh, 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 Carsten, 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 Carsten. Ja, ich fahre nicht so schnell hinter dir. Aber die hinter dir auch wieder. Ja, alles noch gut. Alles noch gut. Außer ich habe geleckt, dann ist er vielleicht drin. Alter, der Schaden ist schon wieder. Ich komme mir nicht heil an. Also, kann ich sowieso vergessen, aber trotzdem. Berlin LPT, kennen wir auch schon lange. Was ist denn ein Vlog machen? Was meinst du, Insta-Tim, was möchtest du auf deinen Vlog gerne machen? Vielleicht ein LKW. Weiß ich nicht, aber warum ein Vlog? Design, Repaint oder was? Für Train Simulator. Oh meinst, was ist denn jetzt hier? Fährst du jetzt an der Leitplanke oder was wird denn das hier? Oh, Mensch. Leute. Es gibt nicht mehr hinter mir. Lichtfufe. Er will vorbei. Bist du nicht zu langsam. Ja, als ob die Vorbilder sind. Also, ich meine, ohne Mist. Ich halte euch das selber an. Das ist aber wirklich, ne, 80 oder was fährt denn der? Na, ok, er fährt immerhin schon mal über 60. Also, wir fahren über 60, ne? Ja, aber... Oh, hier steht ja einer links. Kann ich mich denn da so... Ach so, weil hier ein Auto steht. Das ist sicher ein Unfall. Als mein Tag dokumentieren... Ah, Dominik, du musst so laut reden. Als mein Tag dokumentieren... Das ist perfekt, danke. Hä? Was hast du jetzt gesagt? Ich hab jetzt nichts mehr gehört. Ja, ja. Ne, aber ohne Mist, wenn du so laut redest, dann hast du wieder so einen Kratzen drin, von der Übersteuerung mäßig. Ist auch nicht so toll. Als mein Tag dokumentieren... Ach so, jetzt verstehe ich das. Tim ist Lokführer oder was? Also, könnte er quasi Vlogs machen, wenn er auf der Lok ist? Das ist geil. Da gab's schon mal jemand anders gemacht. Ne, das könnte er ja auch machen. Und dann war so ein Smiley dahinter und so... Hmm... Tim ist Lokführer? Ah, anscheinend? Das ist ja mal mega geil, Junge. Ey Tim, wie alt bist du denn? Tim, ich würde es mir gerne ansehen. Hat... Und nur durch den Kommentar vom Niki bin ich jetzt darauf erst gekommen. Hahaha. Ah, das wär geil, weil ich glaube... Oh, nicht, dass ich wüsste... Gibt's einen Eisenbahner. Oh, Leute! Also, Eisenbahn-Vlogger, das wär auch mal cool. Ja, deswegen. Und mir wär jetzt keiner direkt bewusst. Und zumindest kein Bekannter. Also, Tim, du kommst doch raus. Äh, Eisenbahn-Vlogger gibt's doch schon, du Klöck. Von wem? Von wem denn, bitteschön? Warte, ich guck mal. Haha, genau! Ah, aber Deutsch bitte, ne? Der wäre ja kein Bekannter. Ich... Blühtück gibt's eh nur, wenn's ne Russe ist oder was, der auf irgendeiner Dampflok fährt oder was. Keine Ahnung, aber... Hey, danke vor, das ist ja schon mal deutsche Bahnfahrer, ne? Ja. Ach, ich frag, ich fang meine Ausbildung an dieses Jahr. Ah, ja, ne? Oh, wär trotzdem interessant. Ja, da kann ich noch mehr erzählen. Uh... Ich hab extra Wornblinker, Lacher. Ist da nicht zu... Aber da kommt da immer so ein kleiner Leck noch dahinter. Oh, Mensch, das ruckelt halt ein bisschen, Mensch. Schau mal, da bleibt stehen. Ja, festblattet Kassette. Haha, das ist... Oh, das ist... Das ist... Oh, das ist... Oh, das ist... Das ist... Das ist das Spiel mit Kassette. Ja, richtig. Hahaha. Die Diskette wäre doch cooler. Report 484. Ein Glück bin ich das nicht. Oh, scheiße. Jetzt kommen wir bestimmt gleich langsam in die Zone, wenn's schon an zu reporten geht im Chat. Ah, also hier ist doch schon viel los. Ja, aber es geht. Aber es ist flüssig. Na, 24 geht noch. Das hält das Spiel noch aus. Sag mal so, ab 30, 40 wird's enger. Wow. So, mal gucken, ob der hinter mir mich überholt. Oder überholen will. Also jetzt kann man auf jeden Fall enge Kurve. Und dann kommt er so ne kürtige Kreuz. Er hat er jetzt gekonnt, wenn er... Jetzt zieht er raus. Dann das schafft er nimmer, wenn ich jetzt ne abbremse. Achtung! 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 A Das hab ich noch grad nicht so gesehen, weil ich fahr die gar nicht so einzeln. Dominik ist jetzt erst mal eingepennt, denk ich mal. Dominik sucht was. Ja, oder wahrscheinlich so der Mutti oder sowas. Felix, kann das sein, dass es jetzt auch wirklich einen YouTuber gibt, die eine Tabletop, äh TT, heißt das Tabletop auf Englisch? Also eine TT-Anlage auf YouTube stellen und filmen und sowas? Doch. Doch, doch. Ich hatte heute mal gesucht, dann hab ich nur dich gefunden irgendwie. Kommst du auf Eisenbahn? Doch, ne, es gibt schon welche. Haraldau und sowas, die kenne ich schon. Ich hab mir erst mal ein paar Videos vom Miniaturwunderland angeguckt, hab ich gedacht, ist ja cool. Mal weitergeguckt. Was, du zum Modellbau, ey? Na, Modellbau ist ja schon an sich schon geil. Aber ich kann mir das bei... Wenn du das Häuser zusammenbauen hast, oder? Ja, ja, das würde mir reichen. Aber lieber lässt es einstauben. Ja, das ist ein Scania, der hat auch der Scania, der EC, genau. Aber schön, dass man das halt sieht, auch Scania-Nutzer halt, ne? Hm. Und der war auch vorne, hatte der übelste die Geläuschen. Aber stell mir das bei TC ziemlich schwierig vor, da Zeug zu bauen dazu, weil das ist ja so klein eigentlich. Es ist gar... Es ist halt ein bisschen kleiner, oder? Ja, aber halt noch alles. Ich weiß ja, was du dir jetzt von Miniaturwunderland angeguckt hast, aktuell. Na, die neuesten, also... Die neuesten Tagebuchfolgen, also... Die zwei letzten, ja. Ach so, sonst nix weiter? Ne, noch nicht viel sonst. Ne, weil die ja jetzt zum Beispiel vor kurzem gemacht haben irgendwas so do-it-yourself, wie man sich ne Figur baut. Und dann haben wir so ne Figur, so plus 2 cm groß. Aber das ist H0, oder was? Ja, ja. Ja, ja. Wie gesagt, was... Und TT ist halt eher Halbcentimeter, oder sowas. Ach so, nur... Und dann haben die halt Gandalf gebaut. Und dann halt hier mit... 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 Taschentuchpapier und sowas wird in der Umgang gemacht. Und dann aus Knetmasse wird in so'n Hut gemacht. Die Knetmasse wird dann mit Leim bezogen, dass sie dann halt Hot wird und sowas. Oh, ja. Übelst du aufrisst. Wir sind jetzt ja echt. Na, erst mich überholen, oder was? Ja, hast du denn dann das Grenzenbild? Toll für dich. Kein Angst. Sind wir, Bilgien sind wir. Also der Grafner, der ist jetzt gebracht, hat's angehört, aber er ist offline. Ja, ist ja jetzt nicht so schlimm. Weil... Ja, sucht bestimmt krass. Ja, Dominik. Ich hab dir das Bild übrigens hochgeladen gehabt. Na, wenn du ein bisschen Zeit hast, so wie jetzt, wenn du gerade Zeit haben könntest, wären wir bloß sechs Zuschauer. Hab ich schon, Nico. Ja, wir haben ja sechs Zuschauer. Ja, und hast ausgerechnet. Insgesamt sind es... Elf bis zwölf, also... Elfer halb, kann man sagen. Drecksleißer. Sechsundsession. Was, meinst du? Aber ich kann jetzt noch mal gucken. EF-Ausbildung heißt der, der... den Vlogs gemacht. Ja, oder mach keine... Gereckten Vlogs. Ach? Echt? Ach, ja, aber... Ja, 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 trotz eben eigentlich, ne, weil da kommt vielleicht immer im Monat ein Video, Alter. Dann ist es okay, V-Log, weil dann redet der nicht, das ist uro. Felix, ich bin grad... Felix, ich bin grad... Ich war grad ein bisschen hinterhergefallen, er stand grad in einem Weg und es kam einer entgegen. Nee, nee, hab ich einfach überholt. Ja, aber da kam halt, da kam halt direkt einer. Ich stehe ja auch schon weiter, Carsten. Das ist ja kein Problem. Alter, das ist jetzt... Vorne fliegt schon wieder ein Auto. Das hab ich nie gesehen. Das hier rechts war auch grad... Das links war... Ja, 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 ja. Genau neben dir passiert. Ja, ja, genau neben mir. Mit der her, da fährt das so ein Kram. Mich hat nix getroffen, ich fahr weiter. Ist bei dir eigentlich in der unmittelbaren Umgebung schon mal ein Unfall passiert? Also was du jetzt gesehen hattest? Also im Real Life mein ich. Felix. Ich hätte fast den Radfahrer vor kurzem überfahren. Oh, shit. Oh, weil der bei Rot gefahren ist. Ach so, na gut. Der meinte, die Autoreihe, die halt quasi... Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin links Abbieger gewesen. Oh, du Pfeifenkopf. Ich bin links Abbieger gewesen und links standen quasi in der Reihe Autos. Und der hat die von sich kommend links überholt nochmal. Dadurch hatte der also genug Zeit. Also, also, da war genug Spiel. Aber ich hab auf jeden Fall trotzdem gebremst. Das hätte ich dir bestimmt ungeniefert. Äh, bist fertig? Bitte, Dominik. Weil, Ma, so eine typische Anfängerfrage. Welchen Maßstab hat die, äh, hat deine, schrägst du seine, der Tordanschaft? DT, können wir ganz einfach so sagen. DT Bahn. Beim Dominik auch so. Aber du hast ja noch Gartenbahn. Gartenbahn, ja. Hab ich auch noch. Ist ja auch ein bisschen. Ja. Sag mal, existiert eigentlich die Bahn schon länger als du? Oder? Nee, nee, nee. Ich hab ja das Glück. Ich konnte ja mein Vater irgendwie so zu, äh, zu dem Hobby, äh. Achso, ich dachte, das war anders. Einstecken. Ja, nee. Ich denke mal. Er hat trotzdem eben schon mir eine Modellbahn früher geschenkt. Aber halt eben trotzdem erst so diesen Anstoß, dass wir jetzt eine große Gartenbahn haben. Und sowieso so viel Modellbahn, das hab ich dann erst einmal hier. Irgendwas ist denn das jetzt hier für eine Strecke, dass hier so viel... Ja, die ist Bokaleka. Ja, aber das ist ja dann immer dieser Punkt, wo wir letztes Mal waren. Das ist ja jetzt irgendwas anderes. Ja, wir stehen ja noch irgendwo davor, Junge. Oder das ist noch davor, das da drüben, keine Ahnung, sozusagen. Ja, das ist ja dann wirklich erst die Auf- und Abfahrt auf der Autobahn. Dass da so 200er stehen oder so. Du siehst doch doch, wenn du auf dem Navi rauszoomst, siehst du das schon die Autobahn. Achso, warte mal. Äh, 5. Na gut, aber du siehst halt die Punkte nicht mehr. Aber das kann echt sein, dass wir jetzt von da bis zur Autobahnauffahrt stehen. Ne logisch, ja. Weil das Problem ist mit dem Rechtseinorten und alles. Ach du Scheiße, der war gut da. Da haben wir wieder perfekte Route rausgesucht. PT ist geil. Achso, ja, ja. Ach, nur, ich hab's schon gewusst, dass unsere Route hier lang geht, weil... Und ich hab halt... Ich hab nix sagen wollen, weil so ist es doch ein bisschen lustiger. Ja, schön. Und das ist halt der Stausimulator. Achso, herzlich willkommen zurück zum Stausimulator. Folge 3, glaube ich, wenn ich mich ja jetzt nicht irre. Ich glaube, wir hatten zwei Folgen bei der anderen Mal und jetzt Folge 3. Schön, da ist er ja mega gut angekommen. Da haben wir gedacht, dann machen wir gleich mal noch eine Folge. Ja, und da gibt's solche Plekis, die mich überholen. Ich hoffe, das sind wieder die Lieben. Aber das Schöne ist, die werden gemeldet und werden dann gebannt, ne? Schön wär's. Alter, jawoll! Ein kleiner Abflug ins Nirwana. 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 Oder Nirw... Ich sprech's ohne so richtig. Nirwana, Nirwana... Aber das war doch aus nem... Oh, es ist kalt! Buddhismus... Oder? Aus welcher Religion war denn das? Aus welcher Religion war denn das? Je nachher ist von uns Penis, ist das auch cool. Jawohl, ne, oder? Was war denn das beim... äh... Im... Islam? Was hatten die denn dann für ein... Himmel-Bezeichnung so richtig? Himmel? Yin und Yang, sowas? Ja, ich dachte... Ne, das ist ja was anderes, dass er nicht Islam ist. Aber ich dachte, die haben ja dann noch irgendwas nach. Entschuldigung! Nichts passiert, ich hab's nur Rummeln gesehen. Ich hab's mir aber schön getan. Ja, das kann passieren, so. Schöne Rückaufsicht. Ich hab meinen Schaden bekommen dafür. Machst du Feuer hier? Kann ich auch. Wir haben jetzt kalt, ja. Weil ich jetzt die kalte Dose von draußen geholt hab. Was heißt von draußen? So, wo warst du denn da? Da bleibst du kühl auf Fettsabrett. Achso. Ich hab mich doch schon fünfmal erklärt. Nein, natürlicher Kühlschrank im Zimmer. Am Zimmer. Du bist mir schon wieder drauf gefahren, Alter. Du musst ja an der Linie treu bleiben hier. Du bist auch nicht. Fahr da mal Zentimeter davor. Aber ich dachte, mir ist auch einer drauf. Na gut, aber diese Meter fahren, das bringt's auch. Nichts. Ja, was soll ich denn was sagen? Aber ich frag mich auch, wie kommen denn solche Meter zustande? Weil, kann sein Lasterlänge ist das ja nicht. Das ist einfach nur, das ist auch nicht mein Auto länger. Das ist, wenn dann so ein Fußgänger zur Seite gegangen ist und du da fahren kannst oder sowas. Ja, es gibt doch diese interessanten äh... Ja, Felix Stierchen 82 vor dem Ding. Das kann ja nicht sein. Es gibt doch diese interessante Geschichte, wenn man, man tut mit Kegeln so einen Kreis machen, ziemlich groß. Und da fahren zum Beispiel fünf Autos. Konstant, los und im Kreis. Und wenn das sobald halt irgendjemand mal ein bisschen schneller ist und bremst, muss der dahinter schon mehr bremsen. Und der dahinter muss schon noch mehr bremsen. Und der dahinter muss schon stehen bleiben. Und durch so einen Scheiß entstehen hat solche Staus. Wenn jetzt ein LKW irgendwo mal vorhin losgefahren ist, müssen wir ja erst alles so ganz komisch aufruggeln. Und durch die Länge sind das halt zum Beispiel bei uns wieder bloß so ein paar Meter Stücken. Warum fahren die im Kreis? Nee, Mann, das ist jetzt bloß zum Test, zur Demonstration. Ich hätte das jetzt auch schon im Stau oder an einer Ampel gedacht, das ist ja auch schon so ähnlich. Ja, das ist ja zum Beispiel, wenn an einer Ampel alle Gas geben, werden sich alle irgendwie ja hin und abfahren. Deswegen wartest du ja, bis dein Vordermann erst losgefahren ist.